Hallo und herzlich willkommen zu Hamburg immer anders, eurem Lieblingsstadtmagazin hier auf TideTV. Für die heutige Ausgabe hat unsere Redaktion wie gewohnt keine Mühen gescheut, um euch ein starkes Programm rund um die schönste Stadt der Welt zusammenzustellen. Und damit ihr wisst, was ich meine, gibt's hier schon mal vorab den Themenüberblick. Norbert heißt der in 48 Stunden produzierte Kurzfilm von Peter Ahlers. Darin versucht ein Transvestit, sich dem gesellschaftlichen Druck zu beugen und seine Transsexualität zu leugnen. Das Jungunternehmen Skor Hamburg komponiert Musik für Filme und Spiele. Wir haben sie besucht und hinter die Kulissen der E-Games Musik geschaut. Der Verein Forum für Nachlässe von Künstlern archiviert Künstlernachlässe und bereitet sie wissenschaftlich auf. Durch Ausstellungen werden sie der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017